Wir werden jetzt hier mal gemeinsam mit einer Liga auf unsere Mannschaftsaustelle bringen. Im Tor mit der Rücken Nummer 32, Peter! Nummer 7! Rücken Nummer 3 für Erdschling! Juhu! Unser Mann mit der Rücken Nummer 4 ist Philipp! Probeil! Rücken Nummer 7, Marcel! Nach dem Tor! Mit der Nummer 9, Yusuf! Probeil! Rücken Nummer 10, Emil! Probeil! Mit der Nummer 13, Stefan! Yusuf! Mit der Nummer 16, Lukas! Probeil! Mit der Nummer 18, Dominik! Mit der Nummer 87, Davy! Rücken Nummer 33, Mavi! Probeil! Unser Trainer hat's reist! Rücken! Und jetzt gibt er den Heer! Heer! Geh! 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 Geh!